Was? Was? Du bist nicht tot? Gut, jetzt kommt der entscheidende ab! Hol den Yeti! Da ist er! Da ist er! Ich hatte mir Sorgen um euch gemacht. Was stimmt? Wir haben uns alle Sorgen gemacht, aber jetzt haben wir euch ja wieder. Ihr habt also euren alten Freund getroffen. Ich habe nicht mehr! Ich brauche Winforces! Ey, was macht denn hier hinter mir her? Ihr seid absolut sicher! Äh... Ich habe den Wicht zertreten? Wie cool ist das denn? Mhmmm... Wie kann ich diesen Yeti besiegen? Der wirft mir TNT. Was kann man dagegen wohl machen? Soll da irgendwas da rein? Jetzt hört doch mal auf mich zu verfolgen! Habt ihr Langeweile! Haltet euch an euren Sitzen fest, gute Leute! Das wird blutig! So Yeti, werf nochmal was bitte! Genau, und werf da her! Nö, das bringt anscheinend nichts! Hm... Nochmal versuchen? Nein, 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 nein! So, direkt hier hinwerfen! Aha! Oder machen wir es mal so! Ja! Ja! Hol das Blöckchen! Hol das TNT-Blöckchen! Hm... Nö, bringt nichts! Nur noch einen Scherken und der ist am Brennen! Das ist kein gutes Zwischenergebnis! Hm... Och man, was soll ich denn jetzt machen? Ich bräuchte doch nur einen kleinen Tipp! Einen kleinen! Nein! Da bestimmt nichts, oder? Keine Sorge, liebe Bürger! Ihr seid absolut sicher! Er geht doch nicht! Gib mir doch mal bitte irgendeinen Hinweis! In der Zeit kann ich ein bisschen Römer-Bowling spielen! Aua! Lassst du mich in Ruhe? Haltet euch an euren Sitzen fest, liebe Leute! Genau! Hört auf den Mann! Upsala! Na toll! Das hat noch nicht mehr ausgebracht! Moment nur! Da kann es sein, dass diese Dinge hier einfach gesprengt werden müssen! Probieren wir das mal aus! Ja! Hast du toll getroffen! Sag mal, was für ein riesen TNT-Vorrat hast du da unter dir stehen, bitte! Das war ja mal total verfehlt! Hier! Ich mach's dir mal ein bisschen leichter! Äh! Ja! Hätte ja klappen können! Aua! Na, der hat geklappt! So! Das war mein letzter Scherke! Ne, doch nicht! Komm! Eine Chance gebe ich dir noch, E.T., dich zu beweisen! Au! Au! Ich muss doch hier irgendwas machen! Ich dachte, glaube ich müsste das Ding sprengen! Oder? Oder übersehe ich wieder mal was komplett offensichtliches! Aua! 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 Aua, nein! Nicht kaputt gehen! Nicht verbrennen! Kann ich hier weg? Wollt ihr mich jetzt verarschen?! Das ist ja echt lustig. Ich kann ja fröhlich durch die Gegend laufen. Hinten durch die Arena. Hallo. Kuckuck. Wie geht's? Schmeißt du hier auch mit Sachen? Ja, komm her damit. Hm. Aber er trifft nicht nach oben. Na gut. Hey, da hinten sind Schergen drin. Lass mich mal bitte durch. Ich möchte zu meinen dienen. Ich brauche aber irgendwie Lebenspunkte. Aber ich würde jetzt nicht immer noch gerne wissen, vielleicht müsste ich den großen Ausgang einfach bombardieren. Wenn das so einfach ist, dass ich einfach nur die Tür aufbombardieren muss, dann... Dankeschön. Ich will ihn tot sehen. Na, Großer? Mach mal uff hier. Ich mag keine Gitter. Ich soll damit einfach nur die Gitter aufspringen. Ach ne, das geht nicht auf. Hm. Was ist damit? Los, zeig mir, was du kannst, Großer. Hopp. Zeig mir deinen größten TNT-Block. TNT-Block. Ich bin zu viel Minecraft, glaube ich. Oder zu wenig. Oh nein, ich brenne, oder? Ich brenne, ich brenne. Ne, doch nicht. Schwein gehabt. Hm, aber irgendwie stimmt da was nicht. Ganz und gar nicht. Ja, nicht gleich übergeben. Kleiner. Mach nochmal das Ganze. Macht hoch auf. Also, ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. Weil das ist es auch nicht. Hm. Meine armen Schergen sind schon wieder put. Schmeißt du auch hier hinter? Das gibt's doch nicht. Was muss ich denn machen? Das war dieser... Hm. Aha, Ass. Die da hinten, die Dinger glänzen. Das heißt, man kann sie kaputt machen. Und, aua, ich brenne schon wieder. Und ich bin put. Hm. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht die ganze Arena nochmal neu machen. Dann werde ich nämlich ziemlich zur Sau. Ah, gut. Holt den Yeti. Holt den. Da ist er. Oh, meine ganzen Schergen sind noch da. Das stimmt nicht. Du hast dir die Nägel lackiert. Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Aber jetzt haben wir euch ja nicht da. Ihr habt also euren alten Freund getroffen. Hallo. Werfst du mal Tor aufmachen, bitte? So, werfst du mal her? Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang, weil ich glaube, langsam komme ich ein bisschen dahinter. Boah, da hat es mir gleich den Schergen zerbröselt. Böse, Yeti. Wow. Jetzt ruhig bleiben, Junge. Ruhig. Ich glaube, wir müssen mal eine Aggressionskurpe wältigen. So, ansonsten. Zwölf, elf. Das müsste eigentlich reichen für ein bisschen Spaß zwischendurch. So. Schon mal ein bisschen vorschicken. Die sollen da vorne mal ein bisschen kaputthauen, neue Schergen holen. Und das, was ich dann dadurch habe, das müsste eigentlich reichen. Also es müsste. Wumms. So. Dankeschön, dass ich mal Besuch abstatten darf. So. Mal gucken. Ich kann ja hier hinterlaufen. Und da kann ich meine Schergen durchschicken. Ach so. Also jetzt ernsthaft. Darauf muss man aber erstmal kommen. Wenn ich diese Blitzerei nicht gesehen hätte, dann hätte ich überhaupt nichts mehr gewusst. Der beiden Seiten. Okay. Die andere Seite ist auch schon offen. Aua. Wow. Der hat gesessen. Nicht schlecht. Ach, hier geht das Ding auch auf. Sehr schön. Dankeschön. Brauchst du mich nicht mit Titel ansprechen? Overlord reicht. So. Andere Seite. So. Wow. Ja, kacke. Ich habe schon am Schatten gesehen, dass ich jetzt... Ich will den Tod sehen! Töte mich nicht! Entschuldigung, ich tue nur meinen Job. So, ähm... Genau, Säule kaputt und zweite Säule kaputt und da... Puh! Das schaut so episch aus. Okay, das Finale hat mich jetzt noch ein bisschen befriedigt. Aber ich muss eins sagen... Was wollen wir machen? Unterwerfen oder töten? Ist doch klar, oder? Das ist sowas von glasklar, was wir mit dem Metier machen. Das brauchte mir gar nichts zu sagen.